Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Industrie Neu Gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir gegenüber in Lohr sitzt Till Däubel. Hallo Till, grüß dich. Ja, hallo Robert. Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Till, wir wollen heute über die Hydraulik und die Digitalisierung der Hydraulik sprechen. Noch bevor wir darüber sprechen, stell dich ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du bei Bosch-Rexroth? Ja, Robert, ich bin inzwischen seit fast 20 Jahren bei Bosch-Rexroth. Nie weggekommen. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Immer im Bereich der Industriehydraulik tatsächlich tätig, aber auch mehrere Jahre im Ausland in den USA für die Firma gewesen und hatte verschiedene Funktionen, immer so wandern zwischen Vertrieb und Entwicklung. Aktuell bin ich verantwortlich für den globalen Vertrieb, die globale Vertriebsunterstützung im Bereich Kunststofftechnik. Okay. Hydraulik und Digitalisierung. Zwei Welten. Wie passen die zusammen? Sehr gut. Sie ergänzen sich sehr gut. Die Hydraulik ist eine ganz klassische Technologie mit ihren ganz eigenen Stärken, unheimliche Kraftdichte, Robustheit, Klasse, um vor allem lineare Bewegungen durchzuführen, aber auch rotatorische. Und die Digitalisierung ergänzt die Hydraulik. Die Digitalisierung macht die Hydraulik noch besser handhabbar. Die Digitalisierung hilft uns dabei, die richtige Hydraulik auszusuchen. Die Digitalisierung hilft uns dabei, die Hydraulik besser und einfacher in Betrieb zu nehmen. Und die Digitalisierung kann uns auch hinterher im Wartungsfall oder der Überwachung der Hydraulik helfen. Wie schwer ist das, so ein klassisches Technikfeld mit Digitalisierung anzureichern? Ja, das ist schon eine Herausforderung, das zu tun, weil natürlich muss man schauen, wie kann man, die Digitalisierung ist ja kein Eigenzweck, ist ja kein Selbstzweck, sondern man muss ja schauen, was können wir mit der Digitalisierung tun, um einen echten Mehrwert auch zu schaffen. Und dazu muss die Digitalisierung natürlich auch spezifisch angepasst werden auf die Hydraulik und auf die besonderen Erfordernisse der Hydraulik. Du hast ja auch bestehende Prozesse. Also du kannst ja nicht auf dem Greenfield starten und sagen, jetzt machen wir mal Digitalisierung für die Hydraulik, weil du hast super viele Bestandskunden. Und die willst du ja auch bedienen. Richtig, richtig. Das ist auch eine generelle Herausforderung, dass wir natürlich auf der einen Seite uns weiterentwickeln mit der Hydraulik, auch gerade mit Hilfe der Digitalisierung, aber gleichzeitig natürlich auch berücksichtigen müssen, dass unsere Hydraulik in Bestandsanwendungen eingesetzt wird und in bestehenden Serien durch unsere Kunden. Und dass wir natürlich die Weiterentwicklung idealerweise so gestalten, dass durch die Weiterentwicklung trotzdem noch eine quasi Abwärtskompatibilität oder eine nach wie vor eine Kompatibilität zu den bestehenden Anwendungen gegeben ist. Aber da ist die Hydraulik eigentlich sehr, sehr gut geeignet, weil sie uns die Möglichkeit gibt, das Verhalten der Produkte sehr individuell zu beeinflussen und auch das Verhalten der Produkte quasi umschalten zu können. Erklär mal, wie funktioniert es, umschalten zu können? Ein Beispiel. Wenn wir unsere hydraulischen Ventile auslegen, dann müssen wir die auslegen, sodass sie unter sämtlichen Bedingungen, die im Datenblatt zulässig sind, sicher und stabil funktionieren. Das heißt, bei den Abstimmungen beispielsweise der Regler müssen wir sichere Parameter verwenden, die früher in der analogen Welt sind dann irgendwann, wenn diese sicheren Parameter ermittelt worden sind, sind diese sicheren Parameter quasi auf der Platine in Form von Widerständen, Kapazitäten fest eingebrannt worden, fest installiert worden und waren damit erstmal nicht mehr veränderbar, weder durch uns so einfach noch durch den Kunden. Jetzt mit der Digitalisierung sind diese Reglerparameter Werte, die in einem Flashspeicher drinstehen. Das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, Kunden individuell oder auch teilweise hat der Kunde selber die Möglichkeit, auf bestimmte Einstellungen Einfluss zu nehmen und damit das Verhalten der Komponenten auf seine spezifische Anwendung anpassen zu können. Macht der das denn wirklich? Gerade Kunden, die mit ihrer Anwendung an die Kante des technisch Möglichen gehen, die also versuchen, die Möglichkeiten, die die Hydraulik bietet, auch wirklich komplett auszunutzen. Für die ist das eine Möglichkeit, nochmal ein Stückchen weiter zu kommen und einfach nochmal so ein bisschen sich auch zu unterscheiden, vielleicht von einem ihrer Wettbewerber. Du hast es jetzt gerade angesprochen, dieses Kundenbeispiel. Du hast gesagt, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern du willst ein Kundenproblem lösen, ein Pain beim Kunden. Was ist denn das Pain bei euren Kunden und wo kann die Digitalisierung da helfen? Also du hast gesagt, okay, ich will mich vom Wettbewerb unterscheiden, ich gehe an die Grenze des technisch Möglichen, aber ist das wirklich ein Pain? Naja, es geht ja weiter. Früher sind sehr stark die Eigenschaften der Produkte im Betrieb beachtet worden und das ist sicherlich auch der wichtigste Fall, denn wenn es nicht gut funktioniert im Betrieb, was will man sonst mit dem Produkt anfangen? Aber inzwischen nutzen wir die Digitalisierung, um im Prinzip entlang des gesamten Lebenszykluses das Erlebnis oder die Möglichkeit des Umgangs mit den Produkten zu erleichtern. Dann lass uns mal dann lang gehen. Fangen wir zum Beispiel an, am Anfang steht ja eine Auslegung. Ich muss überhaupt erstmal das richtige Produkt finden. Da nutzen wir die Digitalisierung, um zum Beispiel webbasierte Konfiguratoren anzubieten, die dem Kunden die Möglichkeit bieten, auf relativ einfache Art und Weise eine passende Komponente zu finden. Das heißt, der Kunde, nehmen wir als Beispiel die Auslegung von einem drehzahlvariablen Pumpenantrieb, also die Möglichkeit eine Hydraulikpumpe mit einem Servomotor zu kombinieren und unterschiedlich schnell drehen zu lassen und damit nur genau die Menge Öl zur Verfügung zu stellen, die auch gebraucht wird, ist hoch energieeffizient und ist ganz klar der Trend der Industrie nochmal einen Schritt Richtung Nachhaltigkeit auch ermöglicht. Also diese Auslegung dieser Motor-Pumpen-Kombination, da haben wir einen Konfigurator, da kann der Kunde genau seinen Maschinenzyklus eingeben, kann genau sagen, welchen Druck, welchen Volumenstrom brauche ich zu welchem Zeitpunkt. Und der Konfigurator berechnet dann automatisch die dazu passenden Motor-Pumpen-Kombinationen, schlägt verschiedene Alternativen vor, lässt an diese Alternativen vergleichen und ermöglicht damit dem Kunden passende Komponenten einfach auszuwählen. Und nutzen Sie das? Ja, natürlich, sonst würden wir es ja nicht tun. Weil oft ist ja so, ist die Hydraulik eine Kernkomponente sozusagen in meiner Maschine, in meinem System oder nicht und investiere ich da so viel Zeit, dass ich diese Auslegung mir alles durchrechne lassen oder sage ich meinem Vertriebler, meinem Außendienstler, hey, ich brauche was Neues von euch, ich habe folgendes Problem und dann wird mir was angeboten. Also wir nehmen zunehmend wahr, dass Kunden die Möglichkeit nutzen, sich auch selber zu empfehlen. Natürlich haben wir entsprechende Anwendungszentren, die Kunden es auch ermöglichen, direkt von uns die Beratung, die Unterstützung zu bekommen von Leuten, die sich in der jeweiligen Domäne auch gut auskennen. Aber viele Kunden nutzen die Möglichkeit auch, sich selber zu informieren, gerade auch im globalen Kontext. Und da sind die Konfiguraturen eine Möglichkeit, einfach eine bessere Auslegung schnell hinzubekommen. Früher ist häufig mit so Daumenwerten gearbeitet worden in der Hydraulik. Lieber ein bisschen mehr. Und dann lieber ein bisschen mehr und das führt aber dazu, dass Komponenten potenziell überdimensioniert sind und das ist natürlich einmal potenziell weniger Effizienz und natürlich auch potenziell höhere Kosten. Und die Konfiguraturen bieten die Möglichkeit, eben ohne dass ich da jetzt viel Zeit investieren muss, schnell zu einer relativ guten Auslegung auch zu kommen. Auslegung, Haken dran. Jetzt habe ich mich entschieden, ich kaufe das bei euch. Ihr liefert mir das in Betriebnahme. In Betriebnahme, da gibt es beispielsweise Inbetriebnahme-Wizards, die wir anbieten. So Programme, die einem Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme beispielsweise eines Hydraulikaggregates führen. Und das bietet die Möglichkeit, dass man auch mit Mitarbeitern, die jetzt nicht die absoluten Experten in der Hydraulik sind. Die es nicht mehr viel gibt. Die leider Gottes tatsächlich wohl weniger werden am Markt. Und deswegen nutzen wir diese Konfiguratoren, um eben technisch gut gebildeten Leuten, die aber jetzt vielleicht nicht die absoluten Experten in der Hydraulik sind, auch die Möglichkeit zu geben, sicher unsere Anlagen, unsere Komponenten in Betrieb zu nehmen. Wie funktioniert so ein Wizard? Kannst du das mal erklären? Was ist das? Ist das ein Video, ein YouTube-Video oder ist das mehr? Ist das ein Erklären-Text-basiert, Grafik-basiert, Video-basiert oder ist das, wie kann ich es mir vorstellen? Das gibt es in unterschiedlicher Form. In der Regel sind es kleine Programme, die mich Schritt für Schritt durch die Installation führen, die mir Fragen stellen zur Anwendung, zu bestimmten Randbedingungen und die mir dann die richtigen Parameter vorschlagen bzw. die richtigen Schritte auch vorgeben. Beispielsweise bei der Inbetriebnahme eines Aggregats. Jetzt hier die Schraube und dann gibt es ein Bild dazu. Wo ist die? Aufdrehen zum Entlüften. Dann läuft automatisch der Motor hoch, um die Luft auszutreiben. Jetzt Schraube schließen. Und damit ist es im Prinzip eine sicher geführte Inbetriebnahme, die auch der Nicht-Experte, der technisch eine ordentliche Grundbildung hat, sicher durchführen kann. Früher hieß das technische Dokumentation oder ist es noch mehr? Nein, es ist deutlich mehr, weil es ist auch interaktiv. Es ist eine technische Dokumentation, muss ja auch erstmal wieder alle Fälle abdecken und man müsste sich komplett durchlesen, was ehrlicherweise ist ja wahrscheinlich die wenigsten komplett tun. Und der Wizard kann eben die Breite des Wissens darstellen, kann aber durch gezielte Interaktionen, Fragen, Auswahlmöglichkeit einem gezielt an die richtige Stelle führen, sodass hinterher die Einstellung auch auf die jeweilige Applikation passt. Das muss ja jemand bei euch auch produzieren, diese Wizards. Kann man dafür x Euro mehr verlangen, dass wir sagen, wir haben jetzt einen Wizard? Oder ist das, was der Kunde sagt, naja, klar, will ich haben, ist Standard, brauche ich überall? Ja, sehr interessante Frage. Auch dort gibt es beide Fälle. So etwas wie den Wizard, also die Grundfunktionalitäten unserer Produkte sind in der Regel in dem Grundpreis des Produktes auch enthalten. Also sowas wie eine Inbetriebnahme ist ja etwas, was man tun muss. Wenn wir jetzt über Möglichkeiten der Digitalisierung sprechen, die Zusatzfunktionalitäten ermöglichen, also zum Beispiel bestimmte Überwachungsmöglichkeiten der Komponente oder bestimmte Steuerungsmöglichkeiten, dann sind das potenziell auch Funktionalitäten, die einen eigenen Preis haben, weil sie ja auch einen eigenständigen Wert darstellen. Aber da sagt ihr im Prinzip Vereinfachung der Inbetriebnahme, das müssen wir machen, weil wir wollen unseren Kunden bestmöglich bedienen. Ja, also beim Auto zahlen sie ja auch nicht für den Autoschlüssel extra, sondern der ist mit dabei, denn sie brauchen ihn mit dem Auto zu fahren. Auch wenn das Auto sehr kompliziert ist. Ja, und genauso sind natürlich bei uns auch die Dinge dabei, die man braucht, um die Grundfunktionalitäten eines Produktes sicher nutzen zu können. Stichwort nutzen. Gehen wir mal auf die Nutzung. Wie unterstützt jetzt die Digitalisierung bei der Nutzung von der Hydraulik? Bei der Nutzung, wie gesagt, wir haben ja klassische hydraulische Tugenden, irgendwie Druckfestigkeit, der Volumenstrom, den man über Komponenten drüber bekommt oder auch die Dynamik, die Komponenten haben. Und wir entwickeln auf der einen Seite diese klassischen hydraulischen Fähigkeiten weiter, haben wir auch festgestellt, dass wir mithilfe der Digitalisierung auch die Möglichkeit haben, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und zum Beispiel über die Anpassung der Reglerparameter, über die wir ja gerade gesprochen hatten, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, die Einstellungen der Komponente oder des Systems optimal auf ihre jeweilige Applikation anzupassen. Und damit die vielleicht entscheidenden Prozentpunkte noch rauszuholen, die das Ventil schneller und dynamischer wird, die Anlage effizienter arbeiten kann. Verändert sich da so viel bei den Kunden, dass sie das anpassen müssen? Naja, auch unsere Kunden sind natürlich in der Situation, dass sie sich im Wettbewerbsumfeld befinden und dass sie kontinuierlich sich differenzieren müssen. Und dabei helfen natürlich auch Komponenten, die ihnen ermöglichen, diese Differenzierung durchzuführen. Hast du mal ein Beispiel, was das sein könnte? Beispielsweise kann ich die Dynamik erhöhen, wenn ich jetzt an so etwas denke wie eine Druckgussmaschine, bei der es sehr stark darauf ankommt, in dem Augenblick, in dem das flüssige Metall in die Form eingespritzt wird, mit sehr hoher Dynamik und sehr hoher Wiederholgenauigkeit diese Bewegung durchzuführen. Da habe ich die Möglichkeit, durch Anpassungen der Reglereinstellungen dafür zu sorgen, dass die Dynamik eben bestmöglich die Komponenten ausnutzt und dass auch die Wiederholgenauigkeit möglichst stabil ist. Und ich kann jetzt eine höhere Geschwindigkeit fahren, wenn ich die ein bisschen... Und das wirkt sich natürlich dann auch wieder positiv aus auf das erzeugte Produkt der Maschinen, in denen unsere Komponenten drinstecken, weil das ist ja am Ende des Tages das, was unsere Kunden interessiert. Die wollen dann wiederum für ihre Kunden eine Differenzierung, eine Weiterentwicklung darstellen und das ist eben dann mit Hilfe von unseren Komponenten möglich. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast so gesagt, das ist ganz einfach. Gehe ich da mit einem Handheld an das System dran oder muss ich das in der Programmierung machen, am HMI, an der Maschine? Wie funktioniert das? Also die Digitalisierung erfordert natürlich, dass ich in irgendeiner Form einen Zugang haben muss zu der Komponente. Ich muss ja irgendwie kommunizieren können. Und da gibt es zwei prinzipielle Möglichkeiten, die wir haben. Einmal über die Feldbus- oder IO-Link-Technologie. IO-Link sogar. Ja, auch das haben wir in unseren Komponenten zum Teil integriert. Und das heißt, ich gehe dann über eine Steuerung oder direkt über das Netzwerk, das ja über so einen Feldbus aufgespannt wird, an die Komponente dran. Wir haben aber auch bei unseren neuesten Komponenten beispielsweise jetzt auch Ventile im Angebot, die sich über eine Bluetooth-App direkt von einem Smart-Device aus bedienen lassen. Das heißt, mit ihrem Tablet, mit ihrem Telefon haben sie die Möglichkeit, Parameter zu verändern, Parameter zu optimieren, Informationen zurückzubekommen zum aktuellen Betriebszustand, die zu speichern, die auf andere Komponenten zu übertragen und damit das Verhalten der jeweiligen Komponente des Systems zu beeinflussen. Ist es auch dem geschuldet, dass die Leute an die Steuerung eigentlich gar nicht mehr so gerne rangehen wollen? Dass man sagt, da wollen wir gar nicht dran rumspielen, sondern wir gehen lieber direkt auf die Komponente? Ich glaube, das ist sehr kundenspezifisch. Wir bieten einfach mehrere Möglichkeiten der Kommunikation, damit eben die Kunden, die über ihre Steuerung das entsprechend regeln wollen, die Möglichkeit haben, das zu tun über den Feldbus oder über den IO-Link. Und die Kunden, die sagen, wir haben vielleicht sogar noch eine analoge Kommandierung der Komponente, dass auch die die Möglichkeit haben, die Digitalisierung zu nutzen. Damit eben nicht alles sich auf den Feldbus konzentriert und man sofort ein All-In machen ist als Kunde, sondern dass ich die Möglichkeit habe, auch einen einfachen Einstieg zu haben in die Vorteile, die mir die Digitalisierung bietet. Und ordnet ihr euch dann, Beispiel Gussmaschine, die du gesagt hast, ordnet ihr euch dann unter sozusagen in der Softwarearchitektur? Dass ich sage, wir machen das als White Label und unser Kunde, der Maschinenbauer, kann das sozusagen integrieren in seine Softwarelösung, wenn er sowas auch hat? Ich weiß nicht, ob Unterorten das richtige Wort wäre. Natürlich ist es die Aufgabe in der Regel von unseren Komponenten und Systemen, in einem Systemkontext der Kundenmaschine richtig zu funktionieren. Aber die Zeiten, in denen das eine rein hierarchisch organisierte Architektur war, das löst sich gerade auf, die klassische Automationspyramide. Und wir haben heute neben natürlich diesen hierarchisch organisierten Strukturen auch Softwarestrukturen, die eigenständig stehen, die damit auch eine Reduktion der Komplexität des Gesamtsystems ermöglichen. Und wir haben auch Softwarebausteine, die beispielsweise sich direkt in die Steuerung auch des Kunden integrieren lassen. Da haben wir ein großes Projekt, Hydraulic for You. Da haben wir auch eine eigene Folge, die auch demnächst erscheinen wird. Und nochmal eine ganz kurze Frage. Für mich wäre das super nervig. Ich hätte eine App vom Drives-Anbieter, dann gehe ich an die Drives rein mit Bluetooth. Dann muss ich bei euch an die Ventile mit Bluetooth, dann muss ich wieder meine App wechseln. Kann ich schon integrieren in ein maschinenumfassendes System, sagen wir es mal so. Richtig. Deswegen die mehreren Zugangsmöglichkeiten eben nicht nur alleine mit der App, sondern eben auch möglich über die Feldbus-Technologie direkt aus der Steuerung Parameter zu verändern. Und im Prinzip all das zu tun, was man mit der App auch machen kann. Die App hat halt den Vorteil, es ist für Kunden, die vielleicht noch nicht diese Feldbus-Architektur haben, eine einfache Möglichkeit, auch trotzdem die Digitalisierung nutzen zu können. Letzter Punkt, Wartung. Das große Thema der Digitalisierung fängt immer bei der Wartung an. Also habe ich das Gefühl, da haben alle so drauf geschaut, wir machen mal Digitalisierung erst bei der Wartung. Was macht ihr bei der Wartung von den Hydrauliksystemen? Also bei der Wartung ist natürlich so ein bisschen der heilige Gral das Condition Monitoring. Das heißt, jahlerweise oder sogar Predictive Maintenance oder Predictive Systeme, also die Möglichkeit quasi in die Zukunft zu schauen. Und das sind Technologien, die wir für bestimmte Systeme anbieten heute. Und auch da gibt es unterschiedliche Ausbaustufen von einem wirklichen Predictive System, das für einzelne Komponenten auch einen gewissen Blick in die Zukunft ermöglicht. Man muss natürlich sehen, der Blick in die Zukunft ist immer auch mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Bis hin zu Systemen, die auch erstmal den aktuellen Zustand darstellen und zum Beispiel bei Grenzwertüberschreitungen warnen. Oder wenn dann irgendwo ein Fehler auftritt, einem es ermöglichen, auf der Maschine sehr viel schneller den Fehler auch lokalisieren zu können. Das heißt, ich muss jetzt nicht mit meinem Messgerät in der ganzen Maschine rumkrabbeln und jede einzelne Komponente überprüfen, sondern die Komponenten können von sich aus kommunizieren, wenn zum Beispiel ein Kabelbruch vorliegt. Oder wenn irgendwo in der Komponente sich was verklemmt hat und die internen Sensoren der Komponente das erkennen. Und es gibt die Möglichkeit über die Digitalisierung, die interne Sensorik, die internen Größen, die in unseren Komponenten durch Digitaltechnik erfasst werden, kontinuierlich auch an die übergeordnete Steuerung zu kommunizieren. Und dort wiederum hat der Maschinenhersteller die Möglichkeit, diese Information, die er ja auch aus anderen Komponenten bekommt, zu einem Gesamtlagebild zu verdichten. Und damit dann natürlich auch Rückschlüsse ziehen zu können auf den Gesamtzustand und die Gesamtproduktivität der Maschine. Das sind wir dann beim digitalen Zwilling der Maschine irgendwann. Richtig, da gibt es den digitalen Zwilling auf der Maschinenebene und den unterstützen wir auch mit dem digitalen Zwilling auf der Komponenten- oder der Hydrauliksystemebene. Wobei der digitale Zwilling verschiedene Sachen beinhaltet, angefangen von Simulationsmodellen, die das Verhalten der Komponente beschreiben. Das kann zum Beispiel in der Auslegung mitverwendet werden, bis hin zu einer Art digitalen Lebenslaufakte, die dann später Wartungen oder Veränderungen in einer Komponente unterstützt. Machen wir auch noch eine Folge zu zum digitalen Zwilling. Was mich noch interessiert, kommuniziert ihr da über OPC UA oder MQTT? Was ist da euer Kommunikationsstandard zur Steuerung? Also auch dort werden wiederum verschiedene Standards genutzt. OPC UA ist eine der Möglichkeiten, die von bestimmten Komponenten unterstützt werden. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir das durchgespielt. Wie habt ihr es geschafft, in eurem Team diese Digitalkompetenz aufzubauen? Auch eine sehr gute Frage, weil das natürlich schon eine Veränderung ist, die ziemlich umfassend ist. Also was wir auch intern feststellen ist, es ist nicht damit getan, nur zu sagen, wir haben jetzt bestimmte digitale Komponenten, sondern der Mehrwert entsteht erst dadurch, dass ich auf einmal diese zusätzlichen Freiheitsgrade, die ich gewinne, dass ich die zusätzlichen Möglichkeiten, die ich gewinne, dann auch nutze, um damit Funktionalitäten anbieten zu können, Dinge tun zu können, die vorher in der analogen Welt so nicht vorstellbar waren. Also beispielsweise bei den analogen Reglern, die ja fest verdrahtet waren, war eine Umstellung auf verschiedene Reglerprofile erst mal so eigentlich nicht richtig vorstellbar. Heute mit der Digitaltechnik haben wir auf einmal die Möglichkeit, zum Beispiel die Reglereinstellungen anzupassen an den Vorsteuerdruck und damit die Reglerperformance, die Performance der Komponenten zu optimieren. Das ist praktisch eine Möglichkeit, die sich überhaupt erst ergibt durch die Digitalisierung und auf die man dann quasi auch erst mal kommen muss, weil sie abweicht von den bisherigen Denkmustern, die natürlich darauf beschränkt waren, auf die Möglichkeiten, die man früher in der analogen Welt hatte. Das bedeutet aber, du brauchst in deinem Team die Domänen-Spezialisten, die sozusagen die Kundenanwendung kennen und sich dann überlegen, okay, aus dieser Kundenanwendung, aus diesem Pain könnten wir doch überlegen, sprich mit den Digitalkollegen, kriegen wir da eine Lösung hin? Und die Digitalkollegen sind gar nicht die Domänen-spezifisch Experten dafür. Nein, völlig richtig. Wir haben ja bei uns verschiedene Anwendungszentren, die jeweils für Domänen wie beispielsweise in meinem Fall die Kunststofftechnik oder auch Pressentechnik, Metallurgie oder andere große Industrien, in denen Hydraulik schwerpunktmäßig eingesetzt wird, die dort das domänen-spezifische Wissen haben, die den Kontakt haben mit den Kunden, die Bedürfnisse der Kunden auch kennen und tagtäglich auch erfahren. Und die werfen dieses Wissen zusammen und gemeinsam mit der Entwicklung und dann unseren Experten in der Digitalisierung werden dann die Lösungen entwickelt, die dann im möglichst breiten Kundenkreis auch einen Vorteil ermöglichen. Woran arbeiten die gerade? Was steht auf eurer Agenda für dieses neue Jahr? Also einmal arbeiten wir daran, dass wir die Digitaltechnik sukzessive auf mehr Produkte ausrollen, dass also zunehmend analoge On-Bord-Elektroniken, analoge Steuerungen, die wir haben, abgelöst werden durch welche mit einem digitalen Herz. Die bieten wir dann an, wahlweise mit analoger Schnittstelle, analoger Kommendierung, aber den Vorteilen des digitalen Herzens, wie zum Beispiel dann der Konfiguration oder auch der Rückmeldung von Daten oder auch mit digitaler Schnittstelle, wie beispielsweise IO-Link oder eben die Feldbus-basierten Schnittstellen. Ein weiterer Punkt unserer Digitalisierungsagenda ist natürlich das Frontend auch auszubauen, beispielsweise die Apps, mit denen dann über die Bluetooth-Schnittstelle eine Konfiguration der Komponenten der Systeme möglich ist. Dort also zusätzlich Funktionalitäten hinzuzufügen, die noch nutzerfreundlicher zu machen und die so weiterzuentwickeln. Also invest in UX, User Experience. Ein ganz wichtiger Punkt heute, wie gesagt, früher starke Konzentration auf den Betrieb der Komponente, heute auch mit durch die Digitalisierung ermöglicht, eine stärkere Konzentration auch auf die anderen Punkte drumherum, Auswahl im Betriebnahme und einfach auch damit der Tatsache gerecht werden, dass viele unserer Kunden entweder häufig nicht mehr die absolute Hydraulikexpertise im eigenen Hause vorhalten können oder auch wenn die Expertise da ist, auch die Kolleginnen und Kollegen freuen sich natürlich darüber, wenn es einfacher wird, mit der Technologie umzugehen. Till, wir drücken euch die Daumen. Vielen Dank. Ich bedanke mich.